Jo, meine Freunde, ABK, 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 was geht? Wir gucken jetzt das neue Video von ABK an. Also neu ist es nicht, es kam vor drei Tagen, aber ich war nicht da. Ich hab's Realtalk noch nicht gesehen, weil, ich weiß nicht, das Thema ist halt irgendwie so, es nervt. Aber, ja, wir gucken auf jeden Fall gerne mal rein. Oh, ich muss das mal richtig laut machen hier. Du denn, hat ABK studiert? Vielleicht Hurensohn sein, aber dann ja, also... Okay, ABK, also wenn das so ist, dann gib mir mal die Nummer deiner Mutter, denn ich hab... Also er macht sich in meinen Augen immer und immer und immer unsympathischer. Also für mich ist schon mal ein kleiner Teil von Erfolgreichsein, Menschlichsein und das wird bis jetzt bei ABK komplett... Der hat das alles auch davor dann ernst gemeint. Wie sieht der Blick aus? Oh, hab ich gar nicht drauf geachtet jetzt. Warte mal, kam nach mir, ne? Also er macht sich in meinen Augen... Ein bisschen was von Tim Jacken mit kürzeren Haaren, ne? Junge Jesus einfach. Eine ganz schwierige Nummer. F***! Oh, das ist so... Nein. Oh, Max dachte, das wäre ein Prank. Boah, das ist wirklich diese Friendly bei ABK, ist ein richtiger Circle-Jet-Packes gewesen. Ja, so ein bisschen so diese, so Südländer-Mentalität, finde ich. ABK ist leere... Ach du heilige Scheiße. Intervention. Boah. Vor allem er lässt das einfach drin, neben ganz viel Hate und stellt das jetzt negativ dar. Obwohl es nicht mal was Negatives war, was ich damit sagen wollte. Och, Junge. Das ist eine ganz schwierige Nummer. Er studiert Lehramt, er studiert noch... Also es gibt ja viele, die sagen, ey, ABK ist ultraintelligent, so, der hat studiert, der hat Abi, der hat... Ich sehe nichts. Also seitdem ich dieses Video auf YouTube gemacht habe, wurde als wäre ich Hauptbahnhof geworden. Jeder muss auf einmal durchlaufen. Guckt mal, wie diese Leute untereinander zusammenhalten und mich dann dafür kritisieren, dass ich mich öffentlich bei ein paar loyalen Leuten von mir bedanke. Wenigstens spiele ich mit offenen Karten und sag direkt, diese Leute sind loyal, die halten zu mir, anstatt dass du hinterhältig untereinander... Könnt ihr bitte einfach aufhören, auf ABK zu regieren? Sorry, aber gebt diesen Menschen einfach keine Plattform. Ihr hattet mir auch sogar, Tim, ihr hattet mir auch nochmal so gesagt. ...an da wie ihr zu machen und an dieser Stelle möchte ich mal wieder kurz die Loyalitätskarte spielen und mich bei jemandem ganz besonders bedanken, nämlich bei Sierra Kids. Digga, ist er irgendwie im Kindergarten eingeschlafen, als die gerade gemalt haben? Er hat mir zu einer Zeit, wo ich, wo es mir sehr... Der, ich kenne Sierra Kid, der hat doch mal ein Lied in den Charts gehabt, oder Kopfhüller? ...eine Scheiße ging, sehr, sehr dreckig ging. Hat er mir sehr viel Kraft gegeben mit seinen Videos. Ich habe seine Videos sehr, sehr gerne geguckt. Einfach, das war so wie, als hätte ich so einen Freund da gehabt bei mir, obwohl ich gerade keinen Freund bei mir hatte, weil ich habe seine Videos gehabt und ich konnte... ...die Supporter das schauen. Natürlich versuche ich ihn auch zu verteidigen, weil ich möchte nicht, dass Menschen schreiben, der ist ein Idiot oder der ist vollkommen dumm oder der ist dies. Das möchte ich nicht, weil ich mag ihn und ich möchte nicht, dass Leute so über ihn reden. Guck mal, was ein loyaler Supporter das ist. Ich küsse seinen Augapfel und leck mit seiner Wimperntusche und isse mir... Ja, auch das ist halt aber, also ich weiß nicht, das zeigt halt einfach, dass er halt ein sehr einfach gestrickter Mensch ist, weil selbst an seinen Vorbildern sollte man halt Kritik nennen dürfen. So, ich weiß nicht, ich glaube, die Leute verstehen halt das Wort Kritik heutzutage einfach nicht. Also ich kann halt auch sagen, dass ich bestimmte Sachen bei ABK nicht gut finde. Das muss kein Hate sein, dass ich ihn einfach runterdrücken möchte, sondern man kann einfach ganz normal auch argumentieren und vielleicht auch mal sagen, warum mein ABK vielleicht dumme Sachen gesagt hat. Und ich meine, er sagt jetzt, dass halt alle zusammenhalten so. Also ich meine, ich persönlich habe mit den ganzen Leuten nichts zu tun, ja, mit Trimax und hungriger Hugo und unsympathisch.tv. Unsympathisch.tv und Hugo habe ich noch nie im Real Life gesehen zum Beispiel. Trimax halt nur einmal bei meinem Kaffee und Kuchen. Also mir ist es persönlich an sich erstmal egal, ob ABK da recht hat oder nicht, aber er hat halt mit dem, was er sagt, einfach Unrecht und hat dumme Punkte rausgehauen. So, natürlich wird das halt dann von allen kritisiert und natürlich gehen da alle drauf, wenn er halt halb YouTube Deutschland angreift. So, das ist doch komplett normal. Also ich weiß nicht, ich finde, ich finde so was, so Leute wie Sierra Kittert einfach peinlich und ich denke auch, dass er das wieder nur drin gelassen hat, damit halt jetzt irgendwelche Fans von ABK halt wieder genauso denken, so, ja man, ich muss ihn jetzt auf jeden Fall hier 100% supporten, egal was andere sagen. Das ist einfach, das ist einfach dumm, so. Egal, ABK, wenn ihr Zeit habt, erster Link in der Beschreibung, lasst dem ein bisschen Liebe da und jetzt können wir weitermachen. Ich meine, das Geile ist, ich habe auch wieder, ah gut, keine Ahnung, 10, 15 Personen von ABK Leuten halt bekommen und Realtalk. Ich hatte halt vorher in die Kommentare geguckt und eine Aussage gegen mich scheint wohl zu sein irgendwie, dass er seine Mutter ein Haus kaufen wollte, jetzt hat er mir aber ein Haus gekauft quasi, weil ich halt immer Videos über ihn mache und das haben mir halt vier Leute geschrieben und ich habe auch viermal geschrieben, jo, hast du auch eine eigene Meinung oder redest du nur ABK nach? Und keiner hat mir geantwortet, so, ich verstehe das nicht, so, macht euch doch mal selbst Gedanken. Ich verstehe das nicht, wie man anderen einfach dumm hinterherlaufen kann. Bei mir das Gleiche, nicht nur bei ABK, so. Mit den Tuff-Gesichtern. Damals, als diese ganze Thematik mit Mero war. Da haben sich alle darüber lustig gemacht. Leider ist es in der Deutschrap-Szene relativ normal geworden, dass man einfach irgendeinen Scheiß schreibt, weil sich die Kacke halt sowieso verkauft und wenn nicht, dann sorgt halt Kai dafür. Aber kaum wird mal ein YouTuber beschuldigt, kommt auf einmal aus dem Nichts irgend so eine Streamerin an. Mit ihrer hinterhältigen Fresse, die mir schon von Anfang an nicht gepasst hat, Alter. Die nicht mal im Entferntesten etwas mit der ganzen Sache zu tun hat. Das Ding ist, es ist halt auch einfach eine ganz komische Art und Weise, die ganze Zeit neue Leute zu beleidigen. Auf die Art, die ganze Zeit zu sagen, du Hurensohn, du Hurensohn. Hat der ABK studiert? Vielleicht Hurensohn sein. Aber da ja, also. Und guck mal bitte jetzt, ob nur ein einziger YouTuber irgendwie was gesagt hat. Von wegen, boah, warum beleidigt die Reefd ABK? Am Ende des Tages wird es eh wieder heißen. Ja, Digga, ich habe öffentlich gesagt, dass es von Reefd auch nicht klug war. Hat er natürlich wieder nicht reingeschnitten. Den Ausschnitt hat er komischerweise nicht zugeschickt bekommen, so wie alles andere. Ja, also ich habe da ja auch schon gesagt gehabt im Stream, dass ich das von Reefd halt auch halt dumm finde. Was hast du studiert? Hurensohn sein. War jetzt wahrscheinlich vielleicht eher darauf bezogen, dass er das die ganze Zeit sagt, als dass sie ihn als Hurensohn beleidigen will oder so. Kann ich mir zumindest vorstellen. Aber selbst wenn, hat es sich so nicht gesagt und ja, geht gar nicht. Also ich sage mal, ihm vorzuwerfen, dass er die ganze Zeit beleidigt ist, ihn selber zu machen, muss nicht sein. Es ist auch nicht lustig rübergebracht gewesen, so. Finde ich auch nicht korrekt, ganz klar. Ah, der ABK ist der Einzige, der beleidigt. Aber ABK hat da natürlich auch wieder zurückbeleidigt, hat dann ja auch irgendwie in der Story noch, ähm, hat ja da auch in der Story noch hier, wie heißt es, Reef beleidigt, wo ich aber auch sagen muss, so, keine Ahnung, selbst wenn ich jetzt jemanden beleidigt, hat, warum musst du das gleiche zurücksagen, es bringt dich doch nicht weiter, so. Das ganze sozialen Experiment bewiesen, dass ihr offiziell kein Stück besser seid. Aber krass, als ABK Army könnt ihr sowieso nicht sein, ich hab die krassesten Soldaten auf YouTube-Deutschland. Die haben euch einfach alle geballert. Ey, davon distanziere ich mich, das finde ich an dieser Stelle gar nicht korrekt und auch nicht lustig. Also das finde ich echt nicht gut, ABK Army. Da muss man sich an manchen Stellen auch wirklich zusammenreißen und nicht... Das Ding ist... Digga, von Soldaten zu sprechen, Digga, bist du 10? Ich weiß nicht, wie Unge darauf kommt, dass ABK irgendwie intelligent sein soll, also ich weiß nicht, wie das ist ein... Der ist wirklich, der ist so klug, dass er das alles so durchdacht hat, was für eine Wortwahl er nimmt, aber Digga, Soldaten. Und ich meine, er feiert sich auch offensichtlich, dass die ihm Morddrohungen schicken. Das ist halt auch einfach eine ganz komische Art und Weise, die ganze Zeit nur Leute zu beleidigen. Und nachdem mich diese Streamerin so beleidigt hat, habe ich daraufhin sie zurückbeleidigt. Und dann kommt noch so ein Sch*** aus der Ecke an, so ein Neg, rechtes Ei von Ei Blasi, wieder so jemand, der nichts mit der ganzen Sache zu tun hat und muss meine Story nehmen und die posten auf Twitter und sagen, ey Leute, gib dem Typen keine Aufmerksamkeit. Und dann kommt irgendein Tim Jacken und bläst ihm nochmal den F*** an und sagt, ja, ja, das stimmt, der ABK ist nur am beleidigen. Was aber keiner von denen gesagt hat, ist, warum ich überhaupt diese Story gepostet habe. Der Einzige, der zu mir stand, war wieder Montana Black, weil der hat die Leute darauf aufmerksam gemacht, warum ich überhaupt diese Story gepostet habe. Nämlich nachdem sie mich als Uhrensohn beleidigt hat. Diese YouTube Bastarde reißen gerade alles aus dem Kontext, einfach nur um gegen mich zu Beschwert sich ABK gerade darüber, dass Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden? Digga, ich weiß nicht, ABK, wir können uns gerne nochmal alle Videos über mich angucken, die du gemacht hast, so. Aber ich glaube, da sollst du erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Aber ja, bis auf, dass er da natürlich halt wieder eine schöne Doppelmoral rausgehauen hat, danke übrigens für die fünf verschenkten Subs an der Renes Kaya und danke auch für den Primes ab, gebe ich ABK hier aber recht. Also ich finde das auch nicht korrekt so, ich habe das auch gesehen gehabt in meiner Story, dass ABK das gepostet hat und dachte auch erst so, boah, was, jetzt beleidigt er die einfach, habe dann aber auch gesehen, was halt Reef gesagt hat und da stehe ich halt hinter Monte und ABK, muss ich sagen, war von Reef halt absolut Kacke. Ich finde, ich sehe es genauso wie Monte halt, ich feiere die Story von ABK nicht, muss nicht sein, ist einfach unnötig so, aber hier muss man auf jeden Fall sagen, dass Reef ihn vorher auch beleidigt hat, so und das ist halt ein Fakt, den man nicht weglassen sollte, ne? Der kommt einfach mit, die kommt einfach mit Videos von vor drei Jahren. Das wäre ja genauso, als wenn du mich für einen Joke irgendwie noch fertig machen möchtest, den ich vor drei Jahren gebracht habe. Ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist ABK besser safe. Was gibt's? Ich möchte was dazu sagen, darf ich? Einmal. Okay, cool. Ihr seht hier, ich gebe ihr etwas von meiner Redezeit ab. Obwohl ich nicht schwarz bin, das ist aber nett von dir. Ähm, er hat, er hat, er hat, was? Hä? Äh, aber Reef hat ihn noch gar nicht beleidigt. Ja, was hast du studiert, Hurensohn sein? Nein, aber sie hat, sie hat auch das da drauf bezogen, nur weil er das so oft sagt. Ja, aber so hat sie es halt nicht rübergebracht. Hurensohn sein. Hurensohn sein. Sein. Das ist etwas, was man ist. Du bist etwas. Ja, aber sie hat das doch ganz anders davor gesagt. Ohne den Kontext. Nur dieses, was hast du studiert, Hurensohn sein? Da müssen wir uns den ganzen Stream angucken. Ich bin der Meinung, dass es Flieftabbelächt hat. Ja, hab ich nicht, keine Ahnung. Ja, aber ich finde gar nicht. Ja, natürlich, natürlich stehst du hinter Reef. Sie ist eine Frau, ja, haha, Feminismus, lol, lustig. Du gaslightest, geh rüber, das ist victim blaming. Siehst du, sie kann nichts dagegen sagen. Oh mein Gott, das ist victim blaming? Ja, ich geh. Okay, oh mein Gott. Willst du einen Keks? Also, willst du wirklich? Ich hab Cookies mitgebracht. Ja, dann bring mir einen, komm. Ja. Siehst du ausargumentiert, Digga? Einmal victim blaming gesagt, zack, gewonnen. Nein, nein, das ist gar nicht wahr. ...schmach, ne? Aber damals auf WhatsApp war ich noch dein... Ja, wie gesagt, man müsste sich halt mal den ganzen Kontext angucken, was sie genau gesagt hat. Aber ich finde halt, so wie sie gesagt hat, was hast du studiert, Hurensohn sein? Man hätte es halt anders formulieren müssen. Also, kann schon sein, dass sie tatsächlich halt sagen wollte, jo, ähm, also, dass er halt so oft Hurensohn sagt, dass er es zu jedem sagt, aber dann ist Hurensohn sein halt nicht das, was sie gesucht hat, so. Ich weiß nicht, hat Reef dazu irgendwas gesagt oder ignoriert die das einfach? Anwalt, Walad, die hatte Probleme mit irgendwelchen Verträgen, ich war derjenige, der dir geholfen hat, damit die nicht Palabra bekommt. Ey, jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass du diese Unterlastungsklage da erstmal nicht unterschreibst, weil du es ja klar, wenn du unterschreibst, dann verpflichtest du dich nämlich ihren Anforderungen. Ich habe da sogar damals Tipps gegeben für diesen bürokratischen Behördenkram, damit jemand nach Deutschland kommen kann. Und jetzt, wo sie sich das alle gegen mich hetzen und sonst was, muss sie auch noch drauf springen und hertreten. Wer mich auch bei der ganzen Sache abgefuckt hat und das muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Ja, das ist halt echt uncool. Ich würde sagen, auch wenn ich den lieber ABK habe, Simon Unge, dick von dem er enttäuscht, der fängt auch einfach an Harakai zu machen und irgendwelche Scheiße zu labern. Zum Beispiel sagt er irgendwie in einem Stream folgendes. Was sagen ABKs Moves über den Menschen aus? ABK haut in seiner eigenen Wiedersicht. Ja, er hält Spendie. Wie möchte ABK anzeigen? Uh, uh. ...in die Pfanne raus. Über den Menschen aus. ABK haut in seiner eigenen Wiedersicht. Ja, er hält Spendie in die Pfanne. Einfach einen Snitch, einen reißiger Move macht und ihn dann halt verrät. Das fand ich eigentlich auch, muss ich sagen, traurig. Keine Ahnung, dieses Snitch muss nicht sein. Ich kann nur jedem YouTuber-Streamer, der das hier sieht, in seinem Leben auch ABK. Danke, da fehlt aber ein Stück. Muss das. Muss das. Nee, kannst du weitergehen. Komm. Oh mein Gott. Was ist passiert? Ich bin umgekriegt. Achso, man hat sich gesehen. Schade, ich muss irgendwie anders hinstehen. Ich kann nur jedem sagen, jeder, der mir irgendwas Privates anvertraut hat, ich werde niemals, auch selbst wenn wir den schlimmsten Streit haben, aber ich würde niemals Sachen, die mir privat anvertraut wurden, würde ich niemals dann sagen, ja, übrigens, er hat mir das privat anvertraut. Der findet das nicht cool, dass ich Spendi verraten habe. Was war denn damals mit Miguel Pablo? Wo du und viele andere YouTuber mich doch dafür kritisiert haben, dass ich Miguel Pablo nicht verraten habe. Ich bin enttäuscht und wenn ABK was davon wusste, bin ich, muss ich auch sagen, von ABK ein bisschen enttäuscht. Aber ich verstehe nicht, warum er mir nicht einfach gesagt hat, Simon, Miguel ist nicht schwul. Wahrscheinlich, weil er denkt, ich würde es dann leaken. Wahrscheinlich wäre es auch so gewesen. Ich hätte es nämlich auch geleakt. Hätte ABK mir gesagt, Miguel Pablo ist nicht schwul, hätte ich das nicht privat gehalten. Ich bin es nicht privat gehalten. Jetzt auf einmal... Uuuuh, der gab es genau. Mein Freak, danke schön für den Tier 2, es hab. Ja, an sich ist der Kontext ein anderer, aber ich sag mal, Unge hat ja quasi, hat ja davor einfach gesagt, wenn man ihm was Privates anvertraut, dann sagt man das halt nicht. Und es ist ja was Privates, wenn ABK ihm gesagt hätte, dass Miguel nicht schwul ist. Das ist ja genauso privat. Und ich meine, da wäre es sogar schlimmer gewesen, weil Unge hätte halt quasi was geleakt, was er von einer anderen Person hat, was ja dann nochmal schlimmer ist. Weil das Verhältnis zwischen Miguel und ABK wäre dann auch, sag ich mal, sehr schwierig gewesen. Also ich weiß nicht. Also ich kritisiere ABK sehr, sehr gern, aber ich finde jetzt schon, dass Unge da so ein bisschen doppelmoralisch unterwegs ist. Ihr könnt mir das gerne erklären. Wie gesagt, ne, gegen ABK hau ich immer drauf, aber da sehe ich ihn jetzt ehrlich gesagt im Recht. So. Wüsste jetzt nicht, warum man das nicht machen kann. Man schiebt mir hier Realitätsfilme. Oder umgesagt auch hier folgendes. Ebs, wenn Trimax alles faked, was er macht, wen juckt das? Ja, Bruder, bei Trimax ist es egal, auch wenn der alles faked, äh. Warum ist es dann bei Aperate nicht okay? Warum ist es dann bei Prankbos nicht okay? Warum nicht bei Leon Machère? Warum nicht bei diesem Miguel? Da juckt das auf einmal ganz die Tür. Deutschland macht 500 Videos gegen die, weil die irgendwas faken. Oh, ja, oh, das ist ja I bloody. Damals war ich sogar noch Fan von denen. Na gut, ich weiß nicht, aber da muss man halt auch so ein bisschen gucken, was haben die Leute halt gemacht, ne? Wenn man irgendwelche kranken Sachen faked oder so, ist das noch ein Unterschied, als wenn man halt irgendwie Lostness faked oder ein bisschen übertreibt, finde ich. Also ich finde, da muss man dann noch einzeln gucken, was genau gemacht wird. Du wolltest auch so wieder tot, Bruder. Er hätte was gelegt, was zwar privat, aber öffentlich ausgeschlachtet wird. Ja, okay, gut, da kann man dann tatsächlich unterscheiden, ne? Dass Miguel Pablo da tatsächlich öffentlich versucht, halt quasi Reichweite und so weiter zu generieren. Gerade auf so ein Thema wie LGBTQ, wo ja halt homosexuelle oder generell Leute, die so in dieses sexuelle Spektrum gehören, sag ich mal, Schwierigkeiten haben. Und das halt ausgenutzt wird. Ja gut, okay, da kann man Unterschied erkennen. Das ist, äh, das nehme ich tatsächlich an. Boah, gut, ABK, du bist doof. Das ist meine Meinung, so. Zehn Jahre ein Foto von den Lüge als Erwachsener aussehen. Und dann siehst du voll kaputt, voll zerdätscht, Crystal Meth, alles genommen. So sieht das aus, Bruder. Ey, wirklich, dieses Video ist das schlimmste ABK-Video, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe, ne? Ich wünschte, ich könnte fünfmal Dislike geben. Ich wünschte, ich könnte fünfmal Disliken, ne? Dann kannst du aber nicht so viel. Und ey, Blasi, jetzt fahr bei mir gar nicht diese Filme, weil ich bin nicht deine Ex-Freundin, dass du denkst, du kannst nachher bei mir Psychofilme machen. Bei mir wird andersrum. Ich mach die Psychofilme bei dir. Und jetzt auch nicht nur an denen, an alle anderen YouTuber auch. Fühlt euch gar nicht zu sicher in eurer Internet-Steckdosenwelt, da, Alter. Digga, erst mal seit fünf Jahren ABK immer in jedem Video. Äh, ich mach euch fertig, ich mach euch fertig, äh. Digga, du hast noch nie jemanden fertig gemacht, der nicht irgendwie, keine Ahnung, hier so ein, so ein, wie hieß'n, der selbst Beke ist oder so. So, wirklich, in jedem Video, ja, fühl dich nicht so sicher, ich komm noch, ich komm noch, ich mach dich kaputt. Digga, es ist so ein Schwachsinn, Alter. Du hast noch nie irgendjemanden kaputt gemacht, Alter. Digga, es ist so cringe, weißt du, das ist dieser Typ aus der Klasse, der jedem sagt, oh, Digga, ich hau dir aufs Maul, ich hau dir aufs Maul. Und wenn du da vor dem stehst, liegt der auf dem Boden, Alter, und, äh, und gibt dir sein Taschengeld einfach so. Junge, es ist so unangenehm, wirklich jedes Video. Dann beweist es doch mal, dann mach ihn doch fertig, dann hau doch mal ein Video über, oh, Blasi, raus. Digga, ich versteh' das nicht, er bellt immer, aber beißt nicht. Also, hungrige Hugo und sonst was, die jetzt alle denken, ha, ich mach jetzt Meme aus APK, damit wir den nicht mehr ernst nehmen. Ja, hungrige Hugo, äh, haben die dich auch gefickt. Seh' ich paar Streamer machen Video. Ich möchte nicht mehr in den Videos von hungrige Hugo vorkommen und so, dies, das. Warum? Weil die Geld gerochen haben, weil die gesehen haben, boah, Meme, es läuft gerade, damit kann man Geld machen. Ich glaub, ich hab dich sogar noch auf diese Idee gebracht, mit Meme-Kanälen Geld zu machen. Immer mehr Streamer haben weniger Bock, in anderen Videos vorzukommen, obwohl diese Streamer teilweise... Hungrige Hugo, kein Konzept. Für mich ist alles offen, ihr könnt alles nutzen. Sagt mir einfach, was ich faken soll, ich mach das. Wenn ich irgendwie umfallen soll oder einen Herzinfark kriegen, ist okay, hauptsache ich bin in euren Videos. Auch von Reaction-Content leben. Und noch so ein Kallawi, der sich einmischen musste. Wieder mal Kuchen-TV. Ich hasse diesen Typen, ne? Wallah, mein Ziel mit YouTube war es immer, meiner Mutter ein Haus zu kaufen. Stattdessen hab ich Kuchen-TV ein Haus gekauft, so viele Videos, die er bei mich gemacht hat. Das ist so, als... Bruder, ich sag mal so, so wie dich deine Mutter erzogen hat, hätte sie auch kein Haus von dir verdient. Alles gut, ich nehm das gerne. ...unterhalt für seinen Sohn zahlen. Und Sympathisch-TV hat übrigens auch auf das Video reagiert und ABK folgendes Angebot gemacht. Wenn du magst, kannst du gerne nach Stuttgart kommen. Wäre ja eigentlich mega korrekt, wenn er das annehmen würde, ne? Allerdings wird das wahrscheinlich das gleiche wie mit dem Kaffee und Kuchen. ABK wird sich halt einfach nicht trauen. Leute im Internet fronten ist okay, aber dazu zu stehen und das Ganze im Real Life zu klären, da hat er nicht die Ex für. Junge, ich will mich nicht mit dir treffen. Was verstehst du daran nicht, Alter? Seit Januar geht er mir auf den Sack. Jedes Mal. Ne treffen, ne treffen, ne? Ich will nicht. Ich schwöre wie so ein älterer Mann, das so ein kleines Kind gerade ins Auto zwingt. Ich hab nein gesagt. Was ja zu mir. Akzeptier das doch. Ich will einfach nicht. Ich will dein Gesicht, mach mich aggressiv. Ich will nicht gegenüber von dir sein. Und dann nimm mal diese Scheißbegrö... Bruder, es wäre auch kein Problem, ich nutze einfach so eine Decke oder so ein, hier, was man so runterhängen kann, dass du mich quasi nicht siehst. Also du bist quasi auf der einen Seite, ich auf der anderen und in der Mitte ist quasi so ein Runterhäng-Ding. Dann machen wir die Kamera einfach in die Mitte, dass man beides sieht. Muss mein Gesicht nicht sehen. Digga, alles ist eine Frage, wie man es halt machen kann. Ich habe auch so eine Chrome-Maske hier irgendwo, glaube ich, sogar noch. Die könnte ich auch anziehen. Ist die hier? Ja, wo ist meine Chrome-Maske? Ich glaube, wir können auch mit der Maske, Digga. Kaffee und Kuchen mit Crow oder was? Ja, wenn du Bock hast, wäre gar kein Problem. Ja, die war bei dem Iron True dabei. Ja, warum hat die hier nicht so Dinger, dass man die aufziehen kann? Das ist einfach nur das Ding. Das ist voll nervig. Das mit Mutter war zu viel, ja. Der gleiche Typ, der es wahrscheinlich bei ABK feiert, wenn er jeden als Hurensohn beleidigt hat. Ach, Digga, ihr seid so... Ach, ich sag dazu... Hey, ABK hat keine Eier, hat keine Eier. Was für keine Eier? Wegen was? Wegen, wegen dieses scheiß YouTube? Sag mal, oh mein Gott, ich sag was falsch zum Interview. Oh, argumentativ, der fickt mich. Oh, ich kann nicht reden. Und dann, hä, Leute lachen mich aus. Das, komm, der Arme. Ja, ABK, dann komm, Digga. Traymix und Amar machen doch so ein Box-Event. Digga, dann machen wir einfach auch einen Kampf. Ich hau dir auf die Schnauze. Ja, Digga, ich hoffe, dass ich irgendwann Millionär bin. Ich hoffe es einfach. Dann würde ich sagen, Digga, ich kaufe deiner Mutter ein Haus, wenn du mit mir das Kaffee und Kuchen drehst. Digga, wenn du dann Nein sagst, los. Aber nicht so eine Ranzbude, wirklich so ein schickes Haus, Digga. So ein schickes, alleinstehenes Haus, Digga. Chilliger Garten. Digga, und ich... Ich meine, die laufenden Kosten vor ein Jahr würde ich sagen, Digga. Wenn du dann Nein sagst, Digga, dann weck. Reagiert, da sagt er mir sowas. Für mich ist schon mal ein kleiner Teil von Erfolgreichsein, menschlich sein, und das fehlt bis jetzt bei ABK komplett. Das kann ich auch an der Stelle sagen. Walla, du Haartransplantation aus Türkei. Walla, will der mir jetzt sagen, sag mal, ich bin kein Mensch, weil ich gesagt habe, dass ich glaube, dass du Klicks kaufst? Und was er da erklärt hat, Walla, hat gar nichts zu tun mit dem, was ich gesagt habe. Dein Kollege Spendi hat zu mir und meinen Kollegen gesagt, dass aktiv für dich Klicks gekauft worden ist. Auf einer Scheiße zu erzählen wird. Ja, da wurde über AdSense das. Man kann nicht nur Klicks und Likes kaufen, man kann sogar Watchtime kaufen. Ich kenne doch sogar Leute, die sogar Klicks... Man kann nicht nur Klicks und Likes kaufen, man kann... Ja gut, aber die Frage ist, wie viel gucken das? Also wenn man vier Stunden Watchtime kauft, dann können es ja auch 4.000 Bots sein, die es eine Minute geguckt haben, oder 2.000, die es zwei Minuten gucken, da müsste man halt gucken. Aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, wie viel Geld soll er denn dafür ausgeben? Er müsste Likes, Kommentare, Watchtime und Klicks kaufen. Sogar Watchtime kaufen. Ich kenne doch sogar Leute, die sogar Klicks kaufen können und Watchtime und alles. Weil wenn man Placements macht, Leute, muss man alle Statistiken dahin schicken. Alter der Abonnenten, deine Watchtime, deine Klicks, monatliche Klicks, alles musst du denen zeigen. Du denkst, du eine Firma bucht dich, wenn die sehen, 30 Sekunden gucken die Leute deine Videos, dann wissen die doch, Placement zieht gar nicht, weil du meistens ein Placement erst nach 1-2 Minuten im Video einbaust. Das, was du auch sagst, nach dem Motto, ja, das hat die Firma gemacht, dafür haben die meine Zustimmung nicht gebraucht. Die haben deine Zustimmung nicht gebraucht. Recht am eigenen Bild erst. Ach, das, was der da erklärt hat, das kenne ich doch. Das habe ich doch in meinen Verträgen auch stehen. Manchmal, wenn ich Placements mache, Digga, natürlich, die haben dein Video und schalten damit Werbung. Dann rufen mich die Firmen an und sagen, ey, wir machen das jetzt folgendermaßen, wir möchten jetzt Media Bye bei dir buchen. Wir geben dir jetzt nochmal eine kleine Summe, damit die Werbung von deinem Video vor anderen Videos als Werbung läuft auf YouTube. Deswegen gab es doch manchmal Leute, die haben wieder zu Video geguckt, dann lief da auf einmal das Placement von mir. Das ist, weil die Firma mich schon mal extra gebucht hat, mit einer extra Zahlung. Es gab aber auch Firmen, mit denen habe ich zusammengearbeitet. Die haben mich schon direkt von Anfang an einen Paragraphen eingebaut, wo drin stand, Media Bye für einen Monat. Nach diesem Placement haben wir einen Monat lang die Rechte an deinem Video und dürfen das da verbreiten, wo wir wollen, vor anderen Videos auf YouTube, bla bla bla. Das ist das. Aber dafür haben die auch mal eine Zustimmung gebaut. Und unsere PartyTV jetzt nochmal an dich persönlich, was ich halt komisch finde, wenn ich auf deinen Kanal gehe und auf größte Beliebtheit klick. Ja, aber ich meine, guck mal, wie gesagt, das ist halt einfach so typisch APK. So, ich meine, er merkt, sein Geschwafel macht ja keinen Sinn. Jetzt sagt er, aber Watchtime kann man ja auch kaufen. Ich meine, ich habe es ja schon ungefähr gerechnet, zu kaufen. Und die Likes bei unsympathisch.tv sind ja auch mega krass. Das heißt, er müsste sich auch Likes kaufen. Kommentare weiß ich nicht, wie viele er hat. Vielleicht müsste er da auch nochmal kaufen. So, Digga, er müsste so viel Geld pro Video ausgeben, das würde sich irgendwann halt auch nicht mehr rentieren, das Ganze hoch zu pushen. Und ich denke, dass es auch früher oder später rauskommt. So, wenn du das halt irgendwie viermal im Monat bei jedem Video machst. So, und unsympathisch.tv selber sagt, ey, komm nach Stuttgart, ich zeige dir die Statistiken, schaue sie dir an. So, und anstatt, dass APK das macht, macht er halt schon wieder ein Video, wo er schon wieder dumme Fronts raushaut, was er überhaupt nicht bestätigen kann. Außer, dass er sagt, ja, aber du könntest ja. So, Digga, dann fahr doch einfach dahin, guck dir doch die Statistiken an, so, und mach dir ein eigenes Bild. So, und das meine ich halt einfach. APK will halt, weil ich weiß nicht, was er mit solchen Videos erreichen möchte. Also, ich weiß nicht, ich persönlich würde mir dumm vorkommen, wenn ich jetzt ein Video gegen jemanden mache und der sagt, ja, okay, komm, lass reden. Und ich mache dann noch ein Video, wo ich noch mehr dumme Sachen vorwerfe, die ich halt nicht belegen kann. Also, ich weiß nicht, also, ich denke mir doch dann selber so, ey, der hat mich doch eingeladen, mir die Statistiken anzugucken. So, dann mache ich das doch. So, ich weiß nicht, Digga, es ist so lustig. Guckt mal bitte, wie oft sich diese Zahlen hier wiederholen. Bei uns... Ja, und, Digga, so... ...Sympathisch TV kommen halt meiner Meinung nach manche Klickzahlen verdächtig oft vor. Und das wollte ich mit meinen Zuschauern... Ja, und er kauft immer gleich viele Klicks, oder was? Also... ...schauen einfach auf meinen Kanal teilen, weil es immer noch mein Kanal ist, wo ich meine Meinung frei äußern darf. Genauso wie Leute damals bei Miguel auch gesagt haben, ey, hm, vielleicht stimmt das ja gar nicht mit dem Outing und so und so. Das ist doch normal, dass man an manchen Dingen ein bisschen zweifelt. Genauso wie ihr wollt, dass alle Leute eine eigene Meinung haben, darf ich doch auf meinem Kanal meine eigene Meinung aussprechen und auch meinen Verdacht schöpfen, wenn ich meinen Zuschauern ganz klar sage, dass es nur eine Spekulation ist und ich nur denke, dass es eventuell stimmen könnte. Deswegen an diese ganzen Heuschler holen sind, ihr wollt euch jetzt gar nicht... Ja, also klar kann er das machen, natürlich hat er halt recht, aber ich sag mal, ich könnte jetzt auch sagen, ja, ABK ist pädophil. Ja, ich hab jetzt ja keine Beweise dafür, aber könnte ja sein, wer weiß, Digga, ne? Weiß ich nicht, Pädophile sind immer ein bisschen dicker und machen mit 30 YouTube und studieren seit 10 Jahren. Keine Ahnung, irgendwas. So, ich meine, es ist halt... Du kannst übrigens lustigerweise halt auch nicht alles damit rechtfertigen, dass du ja sagst, naja, es könnte sein. Tatsächlich gibt's auch da einige Urteile, die halt schon dagegen gesprochen haben. So, und wie gesagt, verstehe es halt nicht. Ja, du kannst seine Meinung sagen und du kannst ja auch denken, dass er Klicks kauft. Das ist ja auch in Ordnung und an sich kannst du es ja auch öffentlich posten, aber ich sag mal, dann sollte man halt Belege haben und zu sagen, ja, guck mal, der hat 25 mal 1,3 Millionen Klicks. Was ist denn für eine Aussage? Also, keine Ahnung, du kaufst ja eigentlich eine feste Zahl an Klicks, so, aber du hast ja auch Zuschauer, die die Videos gucken. Du weißt ja nicht, ob die 100, 200, 300.000 Leute dann das Video gucken. Also du weißt ja gar nicht, wie viele Klicks du kaufen musst. So, und ich meine, das Ding ist halt zum Beispiel mit 1,3 und 1,4, da liegen halt 100.000 Klicks dazwischen. Das ist halt eine Menge. So, auch das wird halt einfach weggelassen. So, und ja, wie gesagt, also ich finde es halt weck, dass er einfach irgendwelche Sachen veröffentlicht, ohne Belege dafür zu haben. So, wenn man halt, wenn man halt wenigstens irgendwelche Indizien dafür hätte, okay, aber das ist einfach nur Bullshit, was du da gesagt hast. So, und ich meine, wie gesagt, Sascha hat dich eingeladen, guck's dir an und dann berichte darüber. So, aber das macht er ja auch wieder nicht. So, aber halt dann solche Lügen online lassen. So, das ist halt dreist. Also, eigentlich finde ich, ABK hat es eigentlich auch mal verdient, genau so dazustehen, dass man ihm irgendwas richtig Schlimmes vorwirft, was halt Leute nicht beweisen können. Was er nicht beweisen kann. Dankeschön, Braintime, für die 10 Subs. Dann frage ich mal, ob er dann auch so steht und sagt, oh, war ja nur Vorwürfe, ja, kann ja gar nicht beweisen, hier alles gut. Und ich will übrigens mal eine Sache, will ich übrigens ABK noch mal fragen, ich muss das nur gerade mal raussuchen, weil ich gar nicht weiß, welches Video das ist. Lass mich mal ganz kurz schauen. Ich glaube, habe ich darauf gar nicht reagiert? Eigentlich schon. Ja, finde ich jetzt glaube ich nicht. Aber ein Video von ABK ist gelöscht einfach, by the way, nicht von mir. Aber vielleicht solltest du dich mal um die Anzeige kümmern, die du da bekommen hast. Naja, nur so als kleiner Tipp. Können wir gerade gucken, aber ich glaube, ich finde das nicht. Wann war denn der Beef, den wir hatten vor vier Monaten? Da habe ich doch safe drauf reagiert. Warum finde ich denn das nicht? Mensch, was ist denn da los? Wir gucken nochmal hier die letzten... ...dann ich mal gut nach, wenn ekelhafte Videos über euch kommen, weil jetzt habt ihr mich offiziell auf diesem Level herausgefordert und jetzt spielen wir auch weiterhin auf diesem Level. Und ich habe Bock darauf. Mir wird das Spaß machen. Die Frage ist nur, wie lange werdet ihr das aushalten? Ach, Digga, das ist so ein Laberkopf, Mann, ehrlich, ist es so... Der Typ ist halt so wack und der versteht es halt auch einfach nicht. Also... Ich weiß auch nicht, was ich noch großartig dazu sagen soll. Also er hat noch nie irgendjemanden zerstört, außer halt irgendwelche Billo-Youtuber, die man halt nicht ernst nehmen kann und stellt sich halt immer so in wie, ja, ich spiele jetzt mein Spiel. Ja, Digga, schön. So. Herzlichen Glückwunsch. Ähm... Ne, ich finde das tatsächlich leider nicht. Ich weiß nicht, ob ich darauf nicht reagiert habe. Also eigentlich ja schon, aber irgendwie... Och Mann, das regt mich richtig auf, wenn man halt Videos nicht findet, wenn man die gerade sucht. Ähm... ABK nimmt Day auseinander. Die Wahrheit über ungelustige Geschichten mit ABK. Das ist es nicht. ABK mit Läufer disst mich. Ja, man ist das. Ne, auch nicht. Ähm... Ne, keine Ahnung. Finde ich nicht. Was soll ich machen? Dann. Ja, mir geht es nicht.